Hallo und willkommen zurück zu Golden Sun. Zusammen mit Garrett und Gina gehen wir nun. Suchen wir erstmal Krayton. Jetzt hast du ein Problem Garrett, deine Schwester ist richtig sauer. Garrett, manchmal machst du mich wirklich wütend. Dein Trainingsstein hat meine Blumen zerdrückt. Heute Abend bist du dran, komm nur nach Hause. Äh, ja, deswegen habe ich keine Schwester, ne? Aber was ist denn hier los? Achso ja. Das ist ein Priester, der kann Verbündete wiederbeleben, entgiften, eine Schutzauber geben und einen Fluch brechen. Das wird später noch sehr, sehr nützlich sein. Aber erstmal, hoppla. Ihr plant doch nicht etwa, euch auf dem Aleph-Berg zu schleichen. Nein. Ich werde euch das nochmal durchgehen lassen, aber ich behalte dich im Auge, wie ich sage. Ja, ne? Und schwupp, sind wir vorbei. Crayton wartet auf uns, wir sollten zu seinem Haus gehen. Hoppla. Ja, ja. Nein. Ja, das kennen wir ja schon. Stimmt, erstmal zu Crayons Haus gehen. Aber wo ist das? Hä? Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligtums von Sol zu wissen. Die Ältesten von Vale gewähren niemandem den Zutritt, nicht einmal Crayton. Crayton! Ob er uns von Nutzen sein kann? Hm, sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir können es nutzen. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Und er ist gerissen. Gerissener, als man es glauben würde. Wenn er nicht freiwillig geht, können wir noch immer... Ihr da, was macht ihr da? Was wir hier machen? Habt ihr... Habt ihr unser Gespräch belauscht? Nein. Hm, ich denke, dass ich euch bei Wort nehmen sollte. Hey, ihr seid doch die, die hier herumgeschlechen sind. Herumschleichen? Wer bist du, dass du es wagst, mich zu beschuldigen? Also hat sich Crayton mit euch verabredet? Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Äh, nein. Wie dem auch sei, Crayton hat uns fortgeschickt. Er erwartet euch. Geht. Ihr lasst uns gehen? Bist du sicher, Centurus? Minari. Wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Lass uns gehen, Isaac. Ich will schnell weg von ihr. Sie sind mir sowieso unsympathisch. Wer waren sie? Sie wissen bereits zu viel über das Heiligtum von Zoll? Dinge, die nicht mal die Ältesten von Vale wissen. Und was haben sie über die Elemente gesagt? Die Elemente der Alchemie. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen sie, sie zu mobilisieren? Und die vier Elementarsterne sind der Schlüssel? Dies sind Dinge, die nicht einmal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie, wie ich es bin, wissen kann. Oh, Isaac. Du siehst aus, als würde dir etwas auf dem Herzen liegen. Mir? Äh, nun. Es geht um diese beiden, nicht wahr? Saturas und Minari hießen sie doch. Sind sie noch immer da draußen? Sie sind sehr hartnäckig. Wollten sie etwas von dir, Crane? Das scheint der Fall zu sein. Was meinst du, Ned, das scheint? Der Aleph-Berg und das Heiligtum von Zoll. Sie sprachen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen gesehen. Ist das nicht merkwürdig? Ja. Ja, man kann den Aleph-Berg nicht einfach so betreten. Und wenn sie heimlich eingedrungen sind, dann könnten sie Dieme sein. Wir müssen den ältesten Rat und die Dorfbewohner informieren. Moment, noch wartet. Ich weiß noch nicht, wie akkurat ihre Aussagen waren. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die sie mir erzählt haben. Was sollen wir denn tun? Nun, wir gehen und holen uns den Beweis. Du meinst, wir sollen selbst ins Heiligtum von Zoll gehen? Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Nur weil es verboten ist, den Aleph-Berg zu erklimmen? Ja. Wir wollen ja nur herausfinden, ob sie wirklich dort waren. Das ist sicherlich akzeptabel. Wenn uns niemand sieht, geht das schon in Ordnung, oder? Stimmt, wir haben ja schließlich nichts Übles im Sinn. Das soll einfach unser Geheimnis bleiben, ja? Dann ist es beschlossene Sache. Du solltest unser Anführer sein. Okay, Isaac. Zwischen dem Aleph-Berg und dem Heiligtum von Zoll ist es nicht ungefährlich. Aber du wirst das schon schaffen, oder, Isaac? Du bist viel umsichtiger als Garrett, Isaac. Das geht schon klar. Du musst nicht so unverblüht sein. Ah, ja. Er hat irgendwas geholt noch. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Also gut, lasst uns gehen. Los geht das. So, jetzt aber wirklich. Auf zum Aleph-Berg. Da hinten kann man nicht rum. Darum müssen wir warten, bis er wieder drüben ist. So, und wechseln wir. Eingang zu Zoll. 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 Nicht Zoll. Zoll. Dies ist der Eingang ins Heiligtum von Zoll. Ihr seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ja. Ja. Dies ist ein wichtiges Relikt aus unserer Vergangenheit. Seht es euch gut an. Ab geht die Luzi. So, ein kleiner Ratespaß. Zack, 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 zack. Hier ist nichts gut. Dann natürlich was anderes. Und zwar hier, 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 hier. Zack, zack. Hier hoch und rüber. Ja. Gut. So, auch hier können wieder Monster erscheinen. Und es wird auch wieder was zum Kämpfen geben. Ja. Zack, 14 Schaden. 12 Schaden. 11 Schaden. Und 8 Schaden. Gut, 4 Erfahrungspunkte. Aber wir können mal den Status gucken. Alle sind Level 1. Aber bei... ...Garrett und Issaac wird das Level später noch entscheidend sein. Ihr werdet schon noch merken, wovon ich rede. Und... Okay, ich hab... ...Sie Energie, hab ich Heilung gerade. Also muss ich einen Pestpilz angreifen. Du kannst Flamme und auch sie kann Flamme. Gut. Achso, einmal Flamme reicht schon. Gut. Drei Erfahrungspunkte. Hier ist noch nichts. Ja, da einfach nur angreifen, den Pestpilz. Und dann ist auch schon was. Wie siegt. Also das Kämpfen geht manchmal richtig schnell. Manchmal nicht richtig schnell. So, in der Mitte haben wir, glaube ich, noch eine Schatztruhe. Genau. Und wir erhalten ein kleines Juwel. Das brauchen wir nämlich jetzt gleich. Hier ist nämlich ein Bultsauge. Das Relief eines Minotauens. Sein rechtes Auge funkelt. Aber dort, wo sein linkes sein sollte, ist ein Loch. Und da haben wir ja gerade was bekommen. Nämlich ein kleines Juwel. Benutzen. Issaac fügt den kleinen Edelstein in die leere Augenhöhle. Und jetzt öffnet sich was. Du hörst, wie etwas Steinernes verschoben wurde. Ja. Nämlich. Genau da. Wo. Äh. War erst wann. Wo noch nichts war. Da ist jetzt nämlich ein. Durchgang. Ja. Gut. Hoppla. Zack. Zack. Gut. Vier Punkte. Weiter geht's. Genau. Was ist los, Crane? Hm. Die zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. Ich bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Sol immer anders vorgestellt. Was meinst du? Das Heiligtum von Sol wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Es sollte irgendwas zu finden sein, was dies repräsentiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum dem nicht so ist. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu... Nun, dann lasst uns mal sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, er meint es ernst. Sollen wir ihm helfen, Isak? Aber es ist zu gefährlich, wenn wir uns aufteilen. Wir sollten zusammenbleiben. Ja, das sollten wir. So, und zwar diese Statuen können wir verschieben. Und ja. Wir haben drei C-Energien, Verschieber, Rückzug und Heilung. Erstmal. Wir kriegen später natürlich noch mehr. Ist ja eh logisch. Gut. Geh mal hinein. Und nach oben. Und ein Kampf. Ah, ein neuer Gegner. Ein Schleim. Zack. 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 Und... Hau drauf. Hoppla. So. Drei Punkte gibt's. So, ähm. Flamme. Flamme. Okay. Ähm, ja. Level 2. Für Isak. Ja. Garret noch nicht, obwohl er die gleichen Erfahrungspunkte hat. Das ist nämlich bei jedem Charakter unterschiedlich. Und... Ja. Ist halt bei jedem anders, ne? So, Flamme. Und... Ja. Gut. Flüchtet da schon wieder einer. Gut. Drei Punkte. Links ist eine Kiste mit einem kleinen Juwel. So, eins. Zwei. Ah. Drei. Zwei Punkte. Und... Garret ist jetzt Level 2. Sehr schön. Und der nächste Kampf. Eins. Zwei. Drei. Zwei. So. Und... Weg. Ja. Und auch Jenna ist Level 2. Alles wunderbar. Wunderbärchen. Gut. Und hier müsste irgendwo... Äh. Zack. 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 Jawohl. Gut. Fünf Punkte. Ähm. So. Gut. Zack. Und... Du noch. Gut. Wieder fünf Punkte. Sehr schön. So. Gut. Oh je. Noch... Noch mehr Statuen? Hm. Sieht nicht so aus, als könnten wir sie von hier aus erreichen. Vielleicht ist C-Energie der Schlüssel. Isaac, versuche deine C-Energie einzusetzen. Jep. Aber das werden wir erst im nächsten Part tun, Freunde. Dieser Part ist schon wieder etwas lang. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.